So, jetzt gerade. Hier sieht es drüben aus. Hier sieht es gut aus. Bordigo. Bordigo. Yeah. Vaz. Bordigo. No. Luchie. Die Bank ist kaputt. So, weiter geht's dann. Kriegst du das richtig fest, wenn ich das unterwegs wegfliegt? So, weiter geht's. 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 Das wird eine Tour. So, dann sieht er aus. So, weiter geht's. So, weiter geht's. So, weiter geht's. So, weiter geht's. Oh Gott. So, weiter geht's. So, ich versuch mal rum zu ziehen. So, jetzt steine mal gerade. So, weiter geht's. 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 Einstecken, das war noch bis Ende. Das ist kaputt, hinter Achsel. Zum Beispiel hat er kein Verdeck mehr. Das ist so ein Caprio. Und das, was da drauf ist, ist irgendein Eigenbauschalz. Das passt nicht. Das passt ja, aber das ist der Quatsch. Das ist der Schuss. Das sieht rechts aus. Das ist rechts im Platz. Ja, ja. Auf deiner Seite hier ist der Platz. Und jetzt Rachter und Meter. So lässt ihn nur schön fahren, dann geht's schon. So, aufsitzend für den Scharrack jetzt geteilt. Jetzt haben wir das Auto gesehen. Geht, 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 geht. Dann kann ich wieder Rachter bauen. So, jetzt erst mal mal raus, warte mal. Dann rück mal, kannst du bis hier rüber. Komm, komm. Sieht nicht. Pass. Trimmer. Mal uns kurz drehen. Trimmer, jetzt mach mal. Wir müssen nicht doch eigentlich, ich geh nur raus. Wähl doch los. Oh, ich geh raus. Bleib durch. Bleib durch. Bleib durch. Bleib durch. Bleib durch. Bleib durch. Ja. Nee, erst mal vor! Ach so, der Stein schon raus muss raus. So. Jetzt raus, setz dich hinein. Ich setz dich überhaupt nicht. Jetzt mal hier vor. Nach hier ein bisschen. Gut. Er schickt die nicht. Ganz raus. Aus. Aufreißen hier. Hoppa. So, auf geht's. Nichts. Schuss. 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 Los, Feuer! Ich hab auch noch schlappen, Mann. So, gut. Gut. Gerade, gerade. Jetzt, gerade. Warte. Jetzt zurück. Jetzt gerade zurück, Warte. Mach dich mal dran. Schieb mal mit. Jetzt auf. Ja. Jetzt auch mit Bruch. Jawohl. Komm doch mal. Und wie vor? Ja, und das hab ich's gedacht. Komm mal. Ja. Den halten wir fest. Den musst du festhalten, dann. Den wird den Hörner gepackt. Und jetzt langsam. Pass rein. Ja. 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 Ja.